Moin Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft! Heftig! Ich habe gerade durch Zufall herausgefunden, wie man bei Minecraft in den Vollbildmodus wechselt. Supergeil! Geil! Tja, Rugglerproblemen gibt es immer noch, wie ihr das ja schon kennt. Aber das wird ja alles irgendwann mal besser. Wir haben jetzt auch wieder alle Mods drauf, allerdings kein Optifine. Immer noch nicht. Ich habe auch schon bei Facebook geschrieben, es liegt wohl, habe ich so gelesen, an Better Skies. Was ja nun seit dem neuen Update da so am Schlüssel ist. Kann ich bisher nicht bestätigen, weil ich habe versucht Better Skies jetzt zu deaktivieren. Ich glaube es ist auch immer noch deaktiviert. Ist mir eigentlich wurscht. Achso, wir können ja mal das Menü wieder ausblenden. Zack! Das brauchen wir nämlich nicht. Ja, wie gesagt, also Better Skies, ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil ich habe Better Skies runtergeschmissen, habe versucht Optifine zu installieren. Selbe Problem, steht nach wie vor. Ich habe auch versucht nur Optifine zu installieren. Hat auch nichts gebracht, weil Minecraft kackt auch so ab. Also es kann auch nicht daran liegen, dass es sich mit anderen Mods beißt. Man munkelt also noch. Ja, für dieses Problem ist einfach nur noch eine Lösung und zwar die ultimative Lösung und die besagt weinen. Einfach weinen. Direkt anfangen, Taschentuch nehmen und dann volle Kanne. Ja, aber das machen wir hier nicht, wir sind ja hier nicht beide Pussys. Gut, wir haben auf jeden Fall, da die Timber Mod nun auch wieder am Start ist, haben wir jetzt wieder auch ein bisschen Möglichkeit hier Holz zu farmen. Du schmeißt mit Eier, Junge. Du schmeißt mit Eier. Schmeißt zurück. Haha. So. Jetzt weiß ich auch wieder was ich noch machen wollte. Und das war. Genau, Blair Farm. Damit unsere Wohnung mal ein bisschen hübscher wird. Viele werden wir ja nicht brauchen, aber wenn wir so 500 Millionen Stacks mitnehmen, dann könnte das schon das werden. Zack, 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 zack. Na, ich darf hier wieder Brezel backen. So. Ach, ist das angenehm wieder. Schön wieder Holz hocken. Die Framerate, die macht irgendwie jetzt auch gerade so halbwegs mit. Wer weiß, was da los ist. Ich würde sagen, dass ich wohl noch eine... Das ist ja Blödsinn. Nein! Autsch, Autsch. Boah. Voller Knie ins Hirn gerammt. Äh, 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 äh. Hallo. Autsch. Ich bin fast tot. Auch schön. Erstmal Fresserchen machen. Und wir gehen jetzt ja einfach mal rein so. Ganz dreist. Ja. Draußen ist wieder Krach. Und ja, da ist ja schon wieder hell. Ach komm, hier nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit hier. Schaden kann's ja nicht. Ja, bisschen Kohle. Da höre ich ein Zombie. Oh oh. Ich überlege ja gerade, ob das so eine gute Idee war. Ja. Nein, ich gehe hier nicht runter. Das, äh, lassen wir dann doch lieber. Also machen wir uns mal hier. Wir gehen mal hier hin so. Hier so. Und hier so. Oh. Öh, öh. Alles klar. Was ist denn hier los? Es ist ja Kohle, bis der Arzt kommt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das kann ich euch sagen. Ja. So, auf jeden Fall bin ich ja sehr zufrieden, dass ich hier wieder aufnehmen kann. So, ohne Probleme. Wir haben ja nun, ähm, mit dem TR, habe ich ja nun eine kleine Aufnahme-Session gestartet. Vor einigen Tagen. Und da lief ja nun... Da lief ja so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Dann ist mein Computer ständig abgestürzt. Und, äh, ließ sich auch nicht mehr hochfahren. Das heißt, wir kamen ursprünglich, waren wir verabredet zu 20 Uhr abends so. Er musste ja noch arbeiten. Und aus 20 Uhr wurde, weil er länger arbeiten musste, dann 22.30 Uhr. Bis wir dann uns ausgekäst hatten, war es dann glaube ich nachts um zwei. Oder so. Und nachts um zwei konnten wir dann endlich mal doch zwei Folgen aufnehmen. Hier. Autsch. Ab heute wird zurückgeschossen. Bam. Und... Oha, zwei Creeper. Zack. Ich weiß immer noch nicht, ob das so eine gute Idee war, hier runter zu botten. Aber hier ist auch nichts außer Sherlock Skelettos. Und... Au. Das hat er jetzt geruckelt hier. Geil. Geil. Weggebämmt. So. Gut. Okay. Das reicht mir jetzt. Ich hau hier ab. Ich will hier raus. Hilfe. Ich will hier raus. Ich bin ein Let's Player. Hallo. Nein. So, dann gehen wir mal hier hoch und hier hoch und da sehe ich ja schon Tageslicht. Da höre ein Zombie. Den lassen wir jetzt aber mal da. Alter. Also wie es aussieht ist unsere super mega Höhle mit allen anderen verknüpft. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Da ist es auch Nacht geworden. Warum sind die Zombies eigentlich alle nackt? Ist das so, dass man, wenn man zum Zombie wird, dass man automatisch alle seine Klamotten verliert? So. Jetzt haben wir ein Holz. Na ja nicht wirklich viel. Oh, guck mal. Der Zombie hat Klamotten. Wow. Gleich anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Da ist noch ein. Wir brauchen trotzdem noch Holz. Und Wolle. Autsch. Du Affe. Was ist denn los? Wie sieht denn das hier aus? Warum denn den Scheiß wieder weg? Ja. Toll. Wie sieht das hier aus? Cool. So ein, zwei Bäumchen nehmen wir noch mit. Hallo. So und ich würde sagen in der nächsten Folge nehmen wir auf jeden Fall Nella. Oder das können wir ja jetzt eigentlich schon mal vorbereiten. Müssen wir uns. Ich weiß bloß noch nicht ob ich das Portal angieße oder ob ich das äh. Oh. 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 Ich bin fast tot. Oh. Ab nach Hause. Angst. Muddi. Mami. Autsch. Ab nach Hause. Das ist glaube ich die Lösung für alles. Einfach nach Hause rennen zu Muddi. Und dann mal gucken ob wir jetzt hier pennen können oder ob da wieder kommt. Ah. Super. Wir können schlafen. Da ist ja schon mal zumindest ein kleiner Anfang. Mit epischer Musik machen wir uns weiter in den Hausbau. Das war unten. Zack. 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 Wie gesagt. Ich finde die Treppe hier ein bisschen zu sperrig. Und würde die stattdessen hier in die Ecke packen. Und dann hier so hoch. Da würden hier zwar die Fenster glaube ich ein bisschen ungünstig sein. Aber. Schauen wir mal. So. Wie mach ich denn das jetzt am dümmsten? So nicht. Äh. Äh. Muss ich mich jetzt echt hier runter hauen? Weil ich hasse es. Nein. Ich hasse es wirklich. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Gleich kündigen. Direkt kündigen. Holz. Schere können jetzt weg. Zack. Scheiben müssen wir dann auch da wieder rein hauen. Wow. Angriff der Killerspinne. Ja. So. 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 Alle anderen haben wir ja schon. Dann passt das. So. Dann können wir uns jetzt mal ein bisschen. Ich würde ganz sagen Gras besorgen. Wir besorgen uns jetzt einfach mal ein bisschen Glas. Beim Dealer unseres Vertrauens. Und. Vor allem müssen wir mal ein bisschen einlagern. Wir schleppen ja schon mehr Zeugs mit uns rum. Propf. 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 Verrottete Fleisch. Feder. Äh. Knochen. Schwarzpulver. Kann alles wegsamen. Die Steine können wir mal hier reinballern. So. Und dann gehen wir hier zu Grünzeug. Grünzeug. Zack. Samen können wir auch rein. Die Wolle. Kommt zur Wolle. So. Nach und nach holen wir uns immer mal so ein bisschen was. Weil. Für das was ich in Zukunft noch vorhabe. Wahrscheinlich 500 Milliarden Stacks benötigen. Aber da werden wir mal schauen. So was wollte ich jetzt eigentlich machen. Was hatte ich vor. Was hatte ich. Ach ja. Glas. Glas. Glasscheiben. So. Und eigentlich wollte ich mir auch noch einen Verzauberungstisch basteln. Weil wir ja mittlerweile Level 31 sind. Und. Ja. Könnte man schon mal. Ein bisschen was machen. Und ich sehe auch gerade das wir hier noch ein Dach draufzimmern müssen. Zack. 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 Wo kommst du denn her Junge? Toll, wie sieht denn das aus? So. Haben wir es hier fast geschafft. Da kommt ein Höhlenberuch. Uiuiui. Nein. So. Haben wir. Wunderschön. Wunderschön. Machen wir uns mal hier noch ein bisschen Holz klar. Jetzt sind wir noch das Dach drauf. Nein. Ja, wenn wir das Dach hier fertig haben, dann haben wir ja schon wieder fast unser Haus erfolgreich ausgebaut. Ich werde nämlich hier auf dieser Seite auch nur eine Etage lassen. Dann bist du da was. Zack. Timbermode haben wir ja wieder. Wir haben es ja. So. Nein. Ja, zu viel. So. Dann hauen wir hier wieder die Fackeln ran. Zack. 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 Ich sehe gerade oben ist ja sowieso eins nach oben, weil ja dann da die Glowstones rankommen. Wenn wir dann endlich mal das geschafft haben, den Nether zu besuchen. Oder die Hölle. Oder die Großmutter. Je nachdem. Deswegen sammeln wir mal jetzt das Holz ein. Dann speikel ich hier direkt in die Ecke. In die Ecke. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss.